Die taiwanische Gewichtheberin Guo Xingzuan hat bei den Olympischen Sommerspielen Tokio beim Gewichtheben der Frauen bis 59 Kilo die Goldmedaillen gewonnen. Dabei hat sie drei Olympische Rekorde aufgestellt. Guo hat seit dem Olympischen Spielen 2016 in Rio, bei denen sie wegen einer Verletzung den dritten Platz belegte, keinen wichtigen Wettkampf in ihrer Gewichtsklasse mehr verloren. Nur die Olympische Goldmedaille hat ihr bis vor kurzem noch gefährt. Nun ist sie überglücklich und freut sich darauf, mit ihrer Familie den Erfolg zu feiern. Untertitelung des ZDF, 2020